Dann sehe ich Domi immer nicht, weil der mir erst weiß ich wann zum Sport geht, 15 Uhr oder so. Ja genau, so ist er heute glaube ich auch. Ja richtig. Oh, da ist der andere, er lebt doch noch. Der hat nicht gehört. Alles gehört, Schwester, Schwester, Alter. Schwester, Schwester, bist doch da, ich weiß ja, dass du das hörst. Habe ich? Yes, der ist drin. Da war es wieder die leichte, schnellere Geschwindigkeit. Er hat gedacht, er packt es, aber ich dachte mir, no way. Oh, er pre-jumpt aber auch schon wie ein Großer. Wie der jetzt? Oh, zwei frisches Season 6, der Champs. Vielleicht ganz frisch? Gehe ich immer eigentlich... Nee, die ist 7, Digi. Nee, die ist jetzt. Achso, so meinst du. Ja, 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 klar. Okay. Und ich bin, gehe immer davon aus... Hä? Wo ist der Zweite? Wieso fährt der Zweite nicht zurück, frage ich mich. Der hat gedacht, da kommt jetzt ein richtig kranker Pass. Ja, und hat vorne abgewartet. Nee, ich glaube immer, wenn man die Chance hat, sich den ersten Titel, den frühsten, den man bekommen hat, einzustellen, dann würde ich das auch immer machen. Oder denkst du nicht so? Man stellt doch nicht so einen Season 6, der ist doch nicht mehr so viel wert wie die alten. Digi, was ist mit den Leuten hier? Wenn ich einen hätte, würde ich wahrscheinlich auch mit dem Goldenen flexen. Ja, deswegen meine ich ja. Ja, also, man stellt doch immer den ein, den man zuerst hat, um zu beweisen, seit wann man Season... seit wann man Grand Champion ist. Seit wann man ein krasser Motherfucker ist, ja. Genau. Und ich glaube, die haben den frischen GC bekommen, Season 6, ihr ersten GC, und flexen damit jetzt ein bisschen. Das war meine. Das war meine. Ich wollte mit Doppelsprung gehen holen. Die sogenannte Schade-Marmelade. Ah, scheiße. Ja, jetzt nur nicht thrown. Wir haben jetzt noch zwei Punkte Vorsprung. Nee, nee. Kann er abstattieren. Das sind frische GCs. Ich versuche noch Stress zu machen, weil ich hier vorne noch mit Boost bin. Boah, nee, ne? Du Arschloch. Schön. Du Arschloch. Alte, hab ich... Ist open, ist open, kurz. Er kommt schon gepriegt. Ganz smooth. Du, kein Flick mehr, sonst hätte er den noch abgefangen. Ganz smooth. Du, aber ich hab da auch zwei Dinge grad weggesacht. Der andere wollte mich so hart zerstören. Ja, aber richtig stark, Alter. Lass mal angetäuscht probieren. Ich weiß nicht, ob die Season 6 Gönnschen, wenn sie was kennen. Oh. Ja, ich fahr zurück. Ich fahr zurück. Alles gut. Oh, fuck. Sorry, Alter. Wieso willst du mir so einen stilligen Ball abnehmen, Großer? Das war total Fail gerade. Ich wollt neben dich flicken, damit ihn auch hier... Der fällt mich auch einfach übern Haufen. Ich wollt grad noch sagen, Breezy versuche ich jetzt. Auf einmal merke ich sein Kfz in meinem Nacken, Alter. Okay. Null Wust, leider. Boah, ich nehm den mit Wust, ne? Kleine Mitte ist einer. Dicke, was war hier? Ist noch... Raus, raus, bitte. Was? Wieso war er hier? Musste er jetzt gleich in die Kabine? Ui. Season 6 Grand Champion? Not that hard. Dennoch bekommen. Och, Dicke. Ich habe... Weil ich den Boost geholt habe. Und ich hatte, glaube ich, einen Puffi. Sonst hätte ich den abgewehrt. Hier den Boost geholt... Ach, schade. Dann kosten das, oder? Hätte nicht sein müssen. Ja. Sauber. Zu dir nochmal. Oh, Dicke. Ich dachte, du bist... Ich dachte, schönes Ding. Ich dachte, du bist ganz mittig, Alter. Ne, ne. Das ist grad ein Parade-Game hier. Ah, gut. Aber die sind auch... Ja, die sind nicht eingespielt. Ich will auf keinen Fall sagen, dass die schlecht waren. Wie oft sind wir an Bällen vorbeigesprungen. Und auch mehrfach im Game. Auch mehrfach. Meistens werden wir noch nicht eingespielt sind. So die ersten Spiele, da passiert sowas immer gerne mal. Dicke. Och, ich muss... Der Booster, der knallt anders. Ich muss kurz pissen. Back out. Alter. Ja, komm. Jo, das können die auch alle besser sein. Hauptsache, ich gewinne hier. Ist schon. So denke ich auch, Alter. Piste hier. In Season 3. Der hat mal seinen alten Titel ausgepackt. Der ist auch noch nicht so alt, aber... Wow. Ach, so ein muss ich machen. Boah, schade. So easy Backboard ist das. Kurz gestoppt. Jetzt bin ich im Tor. Digga. Was macht er, Alter? Habe ich nicht mitgerechnet. Ich stehe so weit aus dem Tor draußen. Du rammst ihn. Er macht hier diesen. Ho ho. Digga. Jetzt wird es hier gerade bunt. Was haben wir? 1392 MMR. Und die Leute werden alle zu Freestylern. Freestyle auch. Wacko, wacko, wacko. Oh. Oh, der andere ist aus dem Tor raus. Nochmal, nochmal. Du hast Open Net. Oh, der... Boah, schön. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Aber schön Druck gemacht. Ach, er schießt, ne? Ja. Ha dann. Kino, Alter! What the fuck? Ich krieg den Reset aber nicht. Ich will ja Reset und dann den Schuss machen. Digga, er hat zack nochmal gedreht, Alter. Reset und dann wollte ich ihn ins Tor ziehen. Das wär clean gewesen. Das wär wirklich wieder mal ein Klippnach lang gewesen. Und mit was für'm Affenzahn, wie du unterwegs warst, Alter. Tempo war mega. Ja, sonst... Weil ich sonst immer so dicht von der Sidewall ging. Diesmal bin ich ja fast von unserem Tor losgestartet. Ah, ich trau mich nicht. Ja, alles gut. Ich mach hier noch weiter Druck. Nein! Oh, er spielt gleich. Wenn du kannst, musst du stören. Ich bin hinter dir. Stark. Da fahr ich gleich mit. Siehst du, der macht den... Gehst du, ich brech ab. Ja, ich brech ab. Wenn ich das seh und du das vor mir machst... Ach, Mann! Ich hab extra verzögert den Flick. Ich bin not. Wie Toni Claude. Das war so richtig. Vorbeigequietscht, Alter. Zu dir? Digge. Ich hab den selber nochmal. Schön. Schön. In der Mitte. Da kommt er. Ach, der andere ist so gierig. Ah, den hat er. Aber hat er stark gemacht. Nein! Diese kleine Berührung hat mich noch ausgespielt. Ich kam eigentlich ganz sicher an, wie er da noch hinter dem Ball herkam. Ja. Er hat ihn so gut gestoppt. Ach, du musst... Ach, Scheiße. Ich hatte leider keinen Boost mehr. Ach, ein Glück. Stark. Trau mich nicht. Ne. Oh, den boomt der... Der andere ist gerammt. Schade, schade. Ich bin nicht da, aber er geht da hoch, ne? Jetzt muss ich schnell sein. Oh, dieser Sack, Alter. Hast du aber noch kurz Zeit? Ich hab aber keinen Boost. Oh, so wichtig. Ich muss erst mal in Befragung schle... WTF? Ich hab wenig Boost. Ich sammle hier Pads gerade. Stark von dir. Ich hab die noch. Digga! Das ist es! Ausgeguckt, die Sau. Ausgeguckt, Alter. Ach. Ganz stark. Zack, zack, zack. Er dreht da erst um. Sehr gut, Großer. Ganz stark. Spannend, wie Sau. Die waren auch... Gut, Alter. Sehr knapp, Alter. Sehr knapp am Ende. Da müssen wir halt neue Web1-Videos reinsehen. Tino hat man heute mal reingezogen auf Arbeit. Fazit von Romans? Das ist gut. Ich habe auch noch eine Aufmerksamkeit. Das ist gut. Wir sehen uns jetzt. Untertitelung des ZDF, 2020